Herzlich willkommen zum siebten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die häufigsten Fehler und Absagegründe bei Finanzierungs- und Fördermittelanträgen. Heute geht es tatsächlich um ein Dokument, um einen Aufenthaltstitel bzw. eine Arbeitserlaubnis. Folgender Sachverhalt ist tatsächlich passiert. Ein Unternehmer hat einen Finanzierungsantrag bei der Bank gestellt, alle Unterlagen fertig gemacht, Planungsrechnung, Businessplan, Kostenvoranschläge, sämtliche Voraussetzungen also erfüllt und dann fragt der Banker nach seiner Arbeitserlaubnis. Und siehe da, er hatte nur einen Aufenthaltstitel für drei Jahre und auch nur eine Arbeitserlaubnis, Dokumentenbescheinigung, auch über drei Jahre. Was bedeutet, dass die Bank sich nicht sicher sein kann, dass ein Kredit, der über acht oder zehn Jahre gegeben wird, überhaupt zurückbezahlt werden kann, weil vielleicht in drei Jahren der Antragsteller ausreisepflichtig ist. Das bedeutet also, wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hast oder eine inner-EU-Staatsbürgerschaft hast, immer einen entsprechenden Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis über die Jahre brauchst, in der auch der Kredit rückgezahlt werden soll. Wenn du also acht Jahre beispielsweise das KFI-Staatgeld beantragst, sollte deine Arbeitserlaubnis auch über diesen Zeitraum gehen. Ist das nicht der Fall, dann bleiben nur kürzere Zeiträume oder du bist eingeladen, längere Anträge zu stellen oder über die Einbürgerung nachzudenken. Und wenn das nicht klappen sollte, brauchst du einen anderen Antragsteller, der diese persönlichen Voraussetzungen erfüllt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, solche Geschäftsmodelle oder Rechtsformen oder Lösungen aufzustellen, die auch bankenfähig und belastbar sind, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von dem kostenfreien Erstgespräch, dessen Link du unterhalb des Videos findest. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem nächsten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die zwölf häufigsten Fehler von Finanzierungs- und Fördermittelanträgen. Damit du informiert wirst, bitte drücke jetzt nicht nur auf das Abonnement, sondern auch auf die Glocke, damit du benachrichtigt wirst.